also das waren jetzt schon mal anderthalb tausend ja das waren jetzt schon anderthalb tausend ich hab mir auch gerade gedacht weil ich sag ja raps ne haben wir das komplette feld weg gehabt und da waren es gerade mal zweieinhalb tausend guck dir das bisschen mal was wir gerade mal weg haben stehe ist immer relativ ungünstig weil mit dem ding muss man doch so weit ausholen muss wenn du dann stehen bleibt am besten immer ein stück weiter hinten stehen also mit dem ding eine kurve kriegen das ist nicht so einfach was hast du gemacht genau lieber ein bisschen safer fahren genau lieber ein bisschen safer fahren Ja, bevor du da ein bisschen von der Ernte wegnimmst, ne? Komm, fahr. Alter. Das ist doch nicht das Ding, ey, dass sich das mal in Bewegung setzt. Also da müssen wir unbedingt eine neue kriegen, ey. Ja, darf ich erst mal wieder ausladen. Also ich hab jetzt schon wieder 1000. Das ist kräftig. Ich bin mal gespannt, wie viel Kohle wir da mit Weizen machen, weil... ...muss man echt mal drauf aufpassen, nicht, dass wir da die ganze Zeit Raps anbauen, weil wir denken, ja, das gibt am meisten Kohle. Man hat da nicht viel davon, ne? Ja. Oh, oh, scheiße. Was machst du? Ich hab ausversehentlich, äh... ...zum Hülka... ...bleibt das Zeug da drin und kippt nicht aus, wenn man den umkippt. Das stand grad komplett auf der Seite. Ich steh's im Weg. Ja, ich bin grad am Entladen. Das einzige, was im Weg steht, ist grad der Anhänger. Da ist der Anhänger zu. So. Hallo? Fahren! Boah, Alter, ey. Das Ding brauchen wir neu, Steffi. Unbedingt. ... Hallo? Genau, ne Reisekuchen noch. So. Also mit dem, äh, mit dem, ich weiß gar nicht, nennt man das Mähdrescher? Ja, Mähdrescher. Mit dem Mähdrescher kannst du besser in der Ego-Perspektive fahren, weil dann siehst du genau, wo du das abhackst. Das ist eine viel bessere Kontrolle. Du hattest mich so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Scheiße. Geh ab, geh ab. Du hast gerade nen Anhänger dran gehabt, oder was? Ja. Und dass die Basare da drin bleibt. In der Realität wärst du weg gewesen. Aber in der Realität lassen sich die Dinger, glaub ich, auch nicht so scheiße fahren. Weiß man nicht. Das ist echt witzig, dass du dich da einmal rumdrehst, als du in deinem Fahrer sitzt. Und nicht nur nach rechts und links gucken. Ich hab jetzt schon wieder 1500 gleich, scheiße. Ich muss jetzt gleich wieder, ja. Wir müssen gleich mal gucken, wer am meisten gibt, ne? Ja, ich glaub die Mühle war das aber. Vorsicht, ich bin nach oben hier. Du hast mich ein bisschen richtig geschoben. Ja. Und deswegen kam ich so schlecht auf den Kopf. Ich denk schon mal, der ist halt so doof, hä? Ja. Haben wir denn noch nen Anhängerplatz? Ich hab keine Ahnung, müssten wir mal nen Traktor dranhängen. Weil ansonsten kannst du das nicht einsehen. Nicht, dass wir das auffüllen und... Ne, wenn da kein Platz mehr ist, dann kannst du das glaub ich nicht mehr auffüllen. Ich hoffe wohl nicht, dass uns dadurch Ernte verloren geht, ne? Ja, das wäre echt kacke. Warte, ich ziehe grad die Bahn noch. Und dann gucke ich mal. So. Ja, ich hab gleich hier alles abgeerntet. So. Dann schau ich mal. Ich hoffe, ich kann noch mal die Träger hier. 74% voll. Okay, jetzt hab ich noch mal 500. Okay, jetzt hab ich noch mal 500. Ja. 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 Okay. Ja. Da wurde eine Idee. Ich bring schon mal die Kacke weg. Kacke weg? Ja, halt das Zeugs hier. Weizen. Ach so, ja. Ich drück mich vor der Arbeit. Hat Spaß. Wenn du gleich die Saat ausschüttest. Ja. Ähm. Du kannst die umstellen, ne? Die Saat. Also, das gilt für alles, ne? Weißt du? Ja. Weil das steht jetzt gerade auf Rapsen. Dann müssen wir mal gucken, was wir denn dann nehmen. Müssen wir mal gucken, was demokratisch so ist. Wo war nochmal die Mühle? Ist das nicht direkt hier weg geworden? Ne, das war Gasthaus. Ich glaub, die Mühle war ganz unten. Ich fahr mal eben zur Mühle, weil da kriegt man am meisten für Weizen. Okay. Gut, dann mach ich mich mal auf den Weg. Ich bin nicht. So, das ist jetzt die letzte Bahn, die ich hier mit dem UPA-Ziel. Okay. Also, die Mühle war, glaub ich, unten irgendwo bei Feld 26, wenn ich mich richtig erinnere. Da waren wir schon so lange, ja. Da waren wir nämlich als allererstes. Weil wir ja auch Weizen auf unserem Feld hatten. Ja, gibt die denn immer noch so viel? Ja, die gibt's noch. Hütsch. Nur ein bisschen komisch, da jetzt hinzufahren. So, dann wollen wir doch mal... Und schau du mal nach, was wir da anbauen. Das darfst du dann mal entscheiden. Ich glaub, ich hab das bis jetzt immer gesagt. Na, warte mal, da können wir nur mal mit wo. Auf jeden Fall mit dem Trend gehen. Kann ich das mit PDA, kann ich das nachsehen? Ja, kannst du. Gaststätte, bitte. Genau, da wo du sehen kannst, wie viel was es gibt. Da steht dann auch immer, ob das in Zukunft wächst oder ob das sinkt. Du hast alles gleich geplant. Alles gleich geplant. Alles gleich geplant. Und dann würde ich sagen, wartest du mal kurz, dass ich mal gucken kann, wie viel das so gibt. Also, wir haben jetzt 4.700 Kilo rausgeholt. Anstatt zweieinhalb Tonnen Raps. Nochmal wie viel? Wir haben jetzt 4,7 Tonnen. Boah. Und beim Raps hatten wir 2,5 Tonnen. Das heißt, wenn Raps doppelt so viel gibt, mehr als doppelt so viel, ist Raps gut. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wie ist das mit Gerste, ne? Wie ist das mit anderen Dingern? Ich würde mal sagen, das kleine Feld nehmen wir als Experimentfeld. Okay. Ich schreibe mir nochmal die Dinger, ich schreibe mir die jetzt mal hier eben auf. Ich fahre hier einfach nur gerade so ein bisschen. Ich muss nur ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, also wir haben jetzt 4,7 Tonnen. So, Moment. Also, das war Weizen, ne? Ich muss aufpassen, dass ich mir nur gegenfahre. Weizen, ich mach mal Feldneun, ne? Ja. So. Weizen haben wir jetzt 4,7 Tonnen. 4,7 T. Und Raps? Hatten wir 2,5 Tonnen. Ich denke 2,2. Hä? Ich denke 2,2. Ne, ne, 2,5. So, und jetzt könnten wir noch Gerste ausprobieren. Das ist das zweite. Das sind die mit diesen vielen Zippeln dran. Das ist Gerste. Na, wer ist denn da angehütteln? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, dieses Blüten-Mais, oder wie das heißt. Keiner-Mais? Ja. Und unser Geld steigt. Soll ich mal Gerste probieren? Bitte? Soll ich mal Gerste ausprobieren? Ja, ja, klar. Probier mal Gerste. Alles klar. Achso, wir wollten ja das Geld aufteilen wieder, ne? Nein, es hält mir egal. Ich stelle das mal schnell rein. Ich stelle das mal schnell mit dem Tonnen verbinden. Und der Escape kann ich es nicht einstellen. Boah, ich komme irgendwie auf die Dinge jetzt nicht klar, ne? Auf die? Auf die Tastaturgelegen. Ne, ich auch nicht. Ich stelle das mal einstellen. Ich stelle das mal einstellen. Und, tja, T's schreiben. T's land. Ah, uh, was. Ich muss uns merken. Hm? Ja. Mir fehlt es gerade nicht. Ja. Da sind wir jetzt wieder separat gefunden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020